Ein Red X pro Tag, pro Kopf wird nur noch ausgezahlt, wir brauchen nur zwei. Hä? Was war das schockende News? Es gibt natürlich den im Vergleich zwischen Meldern, die ihre Hüften schwingen und kreisen können, aber das ist ganz schwierig. Betty und Fia werden sich wahrscheinlich an den Hümer reiben und euch so richtig einhalten und es gibt euch dann den Rest. Und dann fallet ihr wahrscheinlich halb am Bett oder bietet der ein oder anderen Schritte. Und wir haben freigedritten. Dann gibt es natürlich auch was geboten. Und da im Wohlraum klappt, ist ab 9 Uhr die Mädels gleich gesichert. Also das wird extra praktisch, äh, Ziele sind eingepackt. Denn halb nacken Männer ist natürlich auch nicht schlecht. Was war das? Ja, sollen wir Mädels in Ruhe auf Wohlraum gemeinsam? Also Sandy hat gesagt, sie will auf jeden Fall hin, ja, wir sollen alle hin schlagen. Ja, ich würde eigentlich lieber an die Lola stehen und mir nackte Weiber angucken, weil nackte Männer sind voll nicht sexy! Für drei Stunden sind wir einen mit dem Körper und dann kriegst du auch ziemlich nackte Weiber. Was war die News? 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 Unfortunately, alle bekommen nur eine Redex per day. Woah, was die f***? Aber wir brauchen zwei. Ja, ich weiß, wir brauchen zwei. So, wenn du genug Redex hast, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Aber es ist egal, ich kann ich kann etwas kaufen. Ich bin sechs. Ich habe genug Redex. Ja, ich auch. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Inflation. Ah, Inflation. Wow. Okay, dann schauen wir da mal rein. Und Lolas Lounge sind nur geile irgendwie, die sich aber nicht nackt machen. Okay, dann. Was ist going on in Lolas Lounge? Okay, wer von euch hat denn noch nicht alle Redex? Hat jeder heute seinen Redex genommen? Heute oder für morgen? Wir dürfen nur noch reinkaufen pro Tag. Oh ja. Ich habe schon Geld. Oh ja. Ich habe schon Geld. Und wenn es das ist,